Professor, wenn Sie den Kartografen erreicht haben, müssen Sie herausfinden, wofür Atriox ihn benutzt. Verstanden, Captain. Isabel hat mir alle Infos der UNSC über diese Gegend übertragen. Sieht aus, als müssten wir zum Kartenraum. Ich habe unterwegs Scans durchgeführt. Von der zentralen Kammer beim Kartenraum geht eine starke Energiesignatur aus. Ob sie von den Verbanden oder den Blutsvätern stammt, ist unklar. Seien Sie vorsichtig. Die Verbanden werden dort zahlreich vertreten sein und von den Wächterverteidigungen herzuschließen, werden Sie die auch am Hals haben. Erstere wird Jerome erledigen, aber was die Wächter angeht, erinnern Sie sich an das Spezialprojekt, von dem die Rede war? Ich denke, es ist Zeit für einen Testlauf. Ist zwar nicht ganz fertig, aber ich werde es ausprobieren. Ich erwarte Ihre Meldung von unten. Viel Glück. Und mit diesem schönen Gespräch herzlich willkommen zur fünften Mission bei Halo Wars. Mit mir, Julian und Ralf. Hallolo. Und wir sind jetzt in der Bibliothek und dürfen zum Kartografen vordringen. Und mal schauen, ob das Ganze auch so läuft, wie erhofft. Ich hoffe es mal. Wir werden es sehen. Hübsch. Und wir sind da. Da vorn. Dahin müssen wir. Kommen Sie. Klasse. Das war unser Weg rein. Spirit of Fire, wir haben ein Problem. Eine Art Energieschild blockiert den Weg zum Kartonraum. Können Sie es öffnen, Professor? Nun, wir sind am richtigen Ort. Die Energiesignaturen aus der zentralen Kammer müssen irgendwie mit diesem Schild verbunden sein. Spirit of Fire, das könnte dauern. Könnte dauern. Wir bleiben im Waldschirm hier. Wir sehen raus, wie wir den Schild öffnen. Halt. Was war das für ein Geräusch? Banschies. Spirit of Fire, wir brauchen Wolverines. Stehen schon bereit, Jerome. Ah, Luftabwehr. Ausrück, Marines. Ja. Gucken wir hier die vorhin gesehene Energie. Ausrück, Marines. Ja. Aber Vorräte jetzt nicht. Dann los. Ausrück. Ausrück, Marines. Ausrück, Marines. Nachschub, Modul Upgrade abgeschlossen. So. Können wir die Energie kloten oben ein? Jo. Ich hab wahrscheinlich meine ganze Base aus. Geschütz errichtet. Ich hab überall ein Geschütze hingemacht. Jo. Aller Einheiten. Aller Einheiten sind bereit zum Loslegen. Lass sie aus. Abort. Also langsam. Generator errichtet. Können wir dann die Geschütze auf Flugabwehr machen, oder? Nachschub, Modul Upgrade abgeschlossen. Würde ich machen, ja. Ich tue mal bei der Oval halt. Ich hab ganz viel Energie. Die vorderen beiden würde ich auf jeden Fall mal auf Flugabwehr machen. Ja. Waffenkammer errichtet. 300 kommt. 300. Gleich haben wir 300. Auf Flugabwehr umbauen. Geschütz aufgerüstet. So. Und so lange ich mal schön stehen habe, Kollege. Aller Einheiten. Kaserne errichtet. Geschütz aufgerüstet. Kaserne errichtet. Gerade wir können die Truppenstärke noch nicht erhöhen. Ne. Leider nicht. Ich wollte es auch nochmal gucken, aber... Da unten hat es nur Energie. Da hat es nur Energie, ja. Ja. Ja, dann lass der Kalle ab. Ich muss es sehen. Okay. Da könnte später noch mal was sein, oder? Geschütz errichtet. Soll ich auch, ja. Generator upgrade abgeschlossen. Ne, da schatten die mir nicht gefallen, wenn ich da rauszoome. Ach, Schatten hin oder her. Rücke auf. Geh auf Streifen. Das macht nix. Oh Mann ey, was gehört, als wäre die Mission. Hände. Die. Gibt es Fahrzeuge, um die ich mich kümmern soll? Anführerfähigkeit bereit. Fahrzeuglevel 1 erforscht 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 dass du so flugaufgeschützt hast du einfach auf ja so ganz ehrlich Logistik Level 1 erforscht Infanterie Level 1 erforscht Infanterie ich hab gekocht Ja boah Alle Einheiten Los geht jetzt gut dass wir beide bauen können ohne dass wir sie blockieren so warte mal kurz auf 6 Uhr, dass wir uns auch 2 machen können zur Truppen wir haben auch für eine gleich große Mannschaft Mannschaft So kommt schon Energie geht's noch bis nach oben ne Bist du Granaten für die Marines noch falsch halten oder was haben wir gelassen? Ich bin grad Ja, hab ich noch kurz Ne, ich hab was anders gemacht Nicht zu hängen lassen Marines! Alle Einheiten Warte kurz und Zack Wird entwickelt Ah, Stufe 2 Jawohl Und bei Fahrzeugen da noch nicht? Ja, Kaserne läuft grad Kaserne Ich seh's Ja Braum schon, gewissen Gummi aus Granatenwurfs Granatenwurfs erforscht Bist du auf die Emotionen sagt? Ja Mein Gott kommt vorher nur höhlich einfach so kapper so wo ich nicht mehr wird der upgrade 2 schlecht fertig infanterie level 2 erforscht also und da kommen noch mehr niedlich und doch herrung oder und landungschefung welchen setzt das vollgefickt werden nur auf die wohl übrigens gange wird ich gehe dann mal zum schaltkreis du mal da oh ja ich folge drücke aus vergesst mich hier nicht in Bewegung fahre los oh leute buckeln auf drücke aus luft einheißen feuerlauf nicht in Bewegung hast Energie in Bewegung fahre los und hockte hier ist eine Art Blutsväter Struktur durch Energie und Grunde enthalten so ist aus so wird ich würde den wissenschaftlichen Ansatz bevorzugen aber sie werden ihn wohl für eine Zwangsabschaltung zerstören müssen Jörn Jörn Feuer frei auf den Schaltkreis oh die Wächter sind zu stark verschwinden wir mit Qualen in Reich schein zu alt würden Sie jetzt hier bleiben Vorschläge Professor wie steht es in unser Spezialprojekt ist egal ist bereit Professor Sie sollten sich lieber an etwas festhalten frage ich wo muss ich jetzt hingucken was war das ein auf das Kommandosignal der Wächter ausgerichteter EMP klasse Aserver wunderva verdammt verdammt ich lass es einfach mit Tempomat laufen verdammt 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 zum nächsten Mal Worte Ackle 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 M.A.B. Feuer Ackle 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 Ich denke wir sind es eh noch, weil ich habe noch mehrfach Sachen. Oh cool. Nicht vorrennen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Stimmt's? Natürlich. Das hat schlimm funktioniert. Auch nicht Punkt halten. Puh, das stinkt. Nach Broods. Die haben über diesen Weg bestimmt die Wächterumgang. Okay, es gibt noch drei weitere Schaltkreise. Gemeinsam regeln sie den Blutsväterschild der unseren Weg in den Kartenraum blockiert. Sie müssen alle ausschalten. Hatte auch kein Zuckerschlecken erwartet. Passen Sie auf Wächter auf. Die kommen angeschwärmt wenn sie die Schaltkreise angreifen. Dann machen wir besser schnell. Findet die Schaltkreise. Der letzte wird lustig, dann müssen wir noch die gesamte Base durch. Ach pfff. Also. Links oder Rechts? Na kurz. Ich werde versuchen, wenn wir noch etwas am Boden machen können obschleifel? Ich zweifel jetzt mal wieder. Fahr rein. Ich August Pride fremd� as Mal immer. Na da... Ich würde ja sagen links, weil der uns bisher angegriffen hat. Ja. Drücke aus! In Bewegung! Vergesst mich ihr nicht! Fahre los! Boah, als ich die Drohnen rumschwirren, ey. Das ist Rave. Du brauchst noch ne Deko! Komm her, mein Kühlergrill braucht ne Deko, ich bin nicht so geil. Boah, ich dachte, ich kann jetzt n Rave einfach klauen von denen. Dafür wär auch zu schnell down. Noch am nächsten Mal. Na, stimmt. Feuer! Wir tun sie fast los! Zeigen wir denen, was das Baby drauf hat! M.A.B. Feuer! Warte noch zu früh. Warte noch zu früh, oder? Ja, gerade, gerade rechtzeitig. Alles safe! Meine Truppen haben von Haus aus, äh, Dings kaputt gemacht, den Truppentransporter. Konnte ich alleine nicht mehr absetzen. Immer wie bereits. Warte noch! Kein Problem! Jawohl! 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 Das war der erste Schaltkreis. Nur noch zwei übrig. Ach, da ist eigentlich das schon, kommt jetzt Feinde runter. Da kamen auch Feinde. Die konnten noch nicht mehr landen. Fahre los! Fahre los! Lassen wir mal den da unten. Ja. Wollt ihr die Energie da oben? Welche Energie? Noch da. In Bewegung! Rücke aus! In Bewegung! Feinde gesichtet! Fahre los! Oh, der Rave greift schon an. Fahre los! Mein General, er hat Hunger! Das ist eine erfüllende Arbeit! Okay, das muss uns versauen hier. Ich will erst mein Testament aktuellieren. Wir sind nicht gefährlich. Ich muss mir erst mal heilen. Ja, ich wollte nur noch im Rape schauen von daher. Soll ich da oben mitnehmen? Oh ja. Das muss ich sagen, ne? Hau mal drauf. Nein, 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 nein. Das will ich. Ich lasse es einfach mit Tempomat laufen. Und noch ein Schiff. Kaputt, bevor es kein Ende ist. Mit qualmenden Reifen. Oh, zu langen Schiff. Einer noch und wir sind durch den Schild durch. Ja, mir tut es nicht gleich. Und wir hatten Landungsschiffe gegen ein Feldfeld runter. Tja. Da vorne können wir noch einen Knoten einnehmen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hey Caramba. Jawohl, bleib bunt. Zwei. Ja, ja. Meine Kühlergrill braucht noch eine Deko. in bewegung installieren sie ein paar flugabwehrgeschütze bevor sie die basis verlieren sind doch haben doch sich darum kümmert dann macht ihr doch nicht ins hemmen das ist eine erfüllende arbeit Mein Allrader hat Hunger. Anführerfähigkeit bereit. Alle Einheiten. In Ordnung. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Wir haben ein Haus nachher. Juhu! Alle Einheiten. Na ja. Großer Wischofens habe ich gehört. Professor, wir haben Ingenieure. Fällt dir gefällig? Mein Ohr. Alle Einheiten. Alle Einheiten. Hi. Ich lasse es einfach mit Tempomat laufen. Was ist mal noch nicht kaputt. Ab geht ihr, Luf. Schalten Sie die Ingenieure vor dem Schaltkreis aus. Ich glaube, ich hatte noch ein paar Sachen. Verstanden. Er hatte auch Minibasen. Ja, ein Trieb will ich jetzt mal kaputt machen. Jawohl. Nö. Zeigen wir denen, was das Baby drauf hat. Alle Einheiten. Die Truppen beschießen mich. Und der Zons kam auf einem Hawk daher. Juhu! Unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an. Mein Allrader hat Hunger. Hat sie jetzt doch gut. Ab geht die Luzi. Drücke aus. In Bewegung. Achtung, Feinde. Alle Einheiten. Fahre los. Kein Problem. Lass uns hochhalten. Hätte aus der Luft bekommen. Alle Einheiten. In Ordnung. Abschluss meines Ziels bestätigt. Mit qualmenden Reifen. Ab geht die Luzi. Einführerfähigkeit bereit. Mit qualmenden Reifen. Mini-Basis fertiggestellt. Waren wir los. Von oben. Es kommt. In Bewegung. Ziel erfasst. Ingenieur erledigt. Ziel auf die Schaltkreise. Mein Kühlergrill braucht noch eine Deko. Jawohl. Nachschubmodul errichtet. Oh, das Pumptippen haut es mal um. Generator errichtet. Ziel erledigt. Kommen. Alle Einheiten. Mit qualmenden Reifen. Rücke aus. Schnell hilfreich gestaltet. Röchter sind auf dem Weg. Rücke aus. In Bewegung. Achtung. Die Verbanden schicken mehr Ingenieure. Mini-Basis fertiggestellt. Ingenieur erledigt. Ziel auf die Schaltkreise. Verkommen, Dichero. Ab geht die Luzi. Nachschubmodul errichtet. Dann nur Schick kaputt. Das war der letzte. Geld. Wir haben ein neues Problem. Rächterprotektoren. Die sind nicht Teil des Schwamms. Wir sollten sie ausschalten können. Alle Einheiten. Unsere Basis wird angegriffen. Alle Einheiten. Bitte dich auch schickt jetzt. Etwas. Deine Verteidigung hält aber gut dagegen. Die beiden Türme. Wir haben das schon erledigt, bis wir da sind. Na den? Geschützt aufgerüstet. Alle Einheiten. Alle Einheiten, alle Einheiten. Ja wenn, dann schon alle. Wir lassen ja keins zurück. Ich weiß schon, wer und wie und... Oh hey. Wo? Dann wäre es wieder. Geschützt aufgerüstet. Aller Einheiten. Aller Einheiten. Aller Einheiten. Aller Einheiten. wieder zu ist. Ja, das ist doch nochmal schon wieder zu. Und schon ein bisschen Ruhe zu. Nein, nicht mein Wave. Lass ihn in Ruhe. Ich hab den so schön erschloss. Luft. Aller Einheiten. Aller Einheiten. Geh auf Streit. Rücke auf. Isabel, noch ein Schwarm blockiert den Zugang zum Kartenraum. Aktivier den EMP. Das hat sie erledigt. Rücke auf. Das war's Professor. Auf geht's. Geh die da rein. Hübsch. Unglaublich. Von hier habe ich Zugriff auf alles. Waffen, Umweltkontrollen, Biodiversitätsbibliothek und das Portalnetzwerk. Das ist doch. Das erklärt einiges. Hallo. Öh. Halt check. Spirit of Fire, wir kommen zurück. Gold Gold. Jawohl, Gold. Sogar deutlich Gold. Mutig und ehrenvoll gekämpft. Oh yeah. Ein wohlverdienter Sieg. Und fünf Minuten vor der Zeit fertig. All nämlich so noch geschlossen. Jawohl. Die fünfte in der Runde. Nee. Dann würde ich sagen, mit diesem wunderbaren Ergebnis verabschieden wir uns beide wieder. Das war Mission 5, glaube ich. Und wenn es euch gefallen hat, liken und ein Abo da lassen, würden wir uns sehr darüber freuen. Und die Notation Bell tätigen, dass wenn wir was Neues uploaden, ihr gleich informiert seid. Womit verabschieden wir uns. Das Schwabenpakt sagt. Oh Gott. Also den Namen ist man schon so. Haha. Es ist schon etabliert. Was will ich machen? Äh. Denes sitzen lassen. Denes Köpfen. Ja. Ich weiß aber. Äh. Egal. In diesem Sinne. Schönen Tag noch. Tschö. Tschö.